Der NFT-Bereich, über den ich heute in diesem Video mit dir sprechen möchte, der hat noch nicht so viel Aufmerksamkeit erregt wie andere Arten von NFTs, aber er wird in Zukunft wahrscheinlich deutlich mehr Beachtung bekommen. Ich spreche über die Welt der Fotografie-NFTs. Seit nämlich der NFT-Hype den Fieberpegel erreicht hat, sind Künstler und Fotografen aller Art auf den Zug aufgesprungen und verkaufen NFTs. Denn wenn NBA-Topshots auf dem NFT-Markt Zehntausende von Dollar einbringen können, warum nicht auch ein digitales Gut in Form eines beeindruckenden Fotokunstwerks? Angesichts der Tatsache, dass es für viele Fotografen da draußen und Künstler natürlich heutzutage relativ schwierig ist, ihren Lebensunterhalt mit ihrer Fotografie und Kunst zu bestreiten, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass NFT-Plattformen, die es ihnen ermöglichen, digitale Dateien zu verkaufen, so attraktiv sind. Schließlich kannst du mit dem Verkauf einer einzigen NFT für ein paar Ethereum so viel verdienen wie mit der Arbeit mehrerer Tage. Als Medium für Fotografen werden die NFTs sicher bestehen bleiben. Man könnte sogar behaupten, dass es einige Parallelen zwischen der Fotografie und der NFT-Technologie gibt. Obwohl die Fotografie heute voll und ganz als Kunstform anerkannt ist, war das aber nicht immer der Fall. Manche Leute behaupten, dass die Technik die Arbeit macht und nicht der Fotograf. Im Moment werden NFTs von einigen Seiten ähnlich angefeindet, aber sie setzen sich trotzdem durch. Für Fotografen wie auch für andere Künstler sind NFTs jedoch sinnvoll. Sie bieten die Möglichkeit, einzelne Werke und auch Sammlungen direkt an die Fans und die Sammler zu verkaufen und weitere Tantiemen zu erhalten. Quantum Art ist eine Plattform, die in diesem Jahr an den Start gegangen ist und sich ganz der Einführung und dem Aufbau von NFT-Fotosammlungen widmet. Sie wurde von Justin Navasano gegründet, der mit Twin Flames, also das ist das, was ich ganz am Anfang vorgestellt habe, die bisher bekannteste NFT-Fotokollektion geschaffen hat. Eine weitere Plattform ist Ephemera. Diese ging 2020 an den Start und hat sich auf sogenannte objektbasierte Kunst spezialisiert, die als NFT verkauft wird. Dazu gehören Fotografien, Videos, Fotokollagen und alles andere, was reale Aufnahmen einbezieht. Ein weiterer Marktplatz, der noch recht neu in der Kryptowelt ist, ist dieser hier. Und der braucht auf jeden Fall noch mehr Fotografen, um sich weiterentwickeln zu können. Das Hauptaugenmerk von Unique One liegt auf der Fotografie. Dieser Marktplatz sorgt also dafür, dass Fotografen nicht für ihre Beiträge auf dem Markt bezahlt werden, sondern einen stattlichen Gewinn erzielen. Deshalb wird von den Käufern eine Provision von 2% erhoben. Der nächste Marktplatz, nämlich OpenSea, ist einer der größten Marktplätze, was das Volumen angeht. Das Einstellen von NFT-WebArt von verschiedenen Plattformen ohne Vorabgebühren macht OpenSea zu einem der gefragtesten Marktplätze bei den Fotografen. Für das Einstellen des Bildes auf dem Portal wird zwar eine einmalige Zahlung von etwa 100 Dollar fällig, aber der Käufer zahlt die Transaktionsgebühr. Die Bilder auf meinem nächsten Marktplatz, den ich dir mal zeigen möchte, sind zwar eher animiert, aber ich finde dennoch einen Blick wert. Ein weiterer guter Marktplatz für Fotografen, um ihre Meisterwerke zu verkaufen, ist super rare. Die Gesamtqualität der Inhalte ist überdurchschnittlich gut. Es wird mehr Wert auf Qualität als auf Quantität der Inhalte gelegt. Obwohl es spezielle Plattformen gibt, laufen die meisten Verkäufe über die üblichen NFT-Marktplätze. Um in Fotografie-NFTs oder eben Fotografie im Allgemeinen einzusteigen, musst du einfach Künstler finden, deren Arbeit dir gefällt oder die du für eine gute Investition hältst oder hoffentlich beides und dann schauen, welche Wege sie dir weisen. Ich möchte dir mal ein paar der bekanntesten und auch talentiertesten Fotografen, die NFTs verkaufen, vorstellen. Und wie du hier schon sehen kannst, haben wir als erstes Kate Woodman. Das ist eine Werberfotografin und Künstlerin, die einen kühnen, filmischen und konzeptionellen Stil pflegt. Eine weitere Künstlerin ist die Paloma. Diese arbeitet eher mit bewegten Bildern und schönen Bonbonfarben. Und wenn du eher so auf Gebäudefotografie stehst, die ich persönlich in diesem Fall ziemlich cool finde, dann könnte der nächste Digitalkünstler und Fotograf was für dich sein. Der mit Row Homes eine sehr begehrte Kollektion zum Thema Architektur geschaffen hat. Der nächste Fotograf, den ich dir mal zeigen möchte, der macht eigentlich etwas, was wir alle könnten in Zeiten von Instagram und sowas, machen das sowieso die meisten Leute. Er macht nämlich Bilder vom alltäglichen Leben an allen möglichen Orten. Ein weiterer Reisefotograf ist der Christopher, der es irgendwie schafft, Nostalgie in alles, was er macht, einfließen zu lassen. Einige Künstler wie der Greg Adams, die machen das besonders cool, wie ich finde. Die haben nämlich ihre eigene virtuelle Galerie erschaffen, in der du dich herumbewegen kannst, kannst dir dann so die Bilder anschauen und wenn dir Bilder gefallen, dann kannst du dich zu den Marktplätzen durchklicken und sie kaufen, wenn du es möchtest. Das ist eine sehr, sehr coole Idee und davon will ich auf jeden Fall mehr sehen. Und wenn du eine NFT-Kollektion zum Thema Fotografie suchst, die auch noch nützlich ist, solltest du einen Blick auf Schabangers werfen. Das Projekt wurde vom Porträtfotografen Peter Hurley in Zusammenarbeit mit seiner Headshot-Crew, das ist ein weltweiter Zusammenschluss von Porträtfotografen, ins Leben gerufen und soll neben der Teilnahme an einem Online-Fotonetzwerk auch Vorteile und Belohnungen bieten. Der Besitz von diesen Schabangers-NFT verleiht dir nämlich automatisch die Staatsbürgerschaft in Schabangersville, einer virtuellen Stadt im Metaverse. Schabangers Bürger haben dann Zugang zu exklusiven Vergünstigungen und Belohnungen auf Lebenszeit sowie zu einer blühenden Gemeinschaft der weltbesten Fotografen und Kreativen. Fotografie ist auf jeden Fall etwas ganz Persönliches, also entscheide dich für das, was dich anspricht. Wenn du den Kauf aber eher als Investition betrachtest, solltest du nicht nur die Qualität der Kunstwerke bewerten, sondern auch die Fotografen recherchieren, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wer sie sind und auf welchem Weg sie sich befinden oder ob sie bereits außerhalb des NFT-Bereichs berühmt sind. Sobald du anfängst zu recherchieren, gibt es unendlich viel zu entdecken. Ein anderes Thema abseits der Fotografie, das ich dir noch zeigen möchte, ist das Invincible College. Das ist ein faszinierendes neues Projekt, das auf der Solana Blockchain Gestalter nimmt. Das Team verspricht nämlich eine Web 3.0 LernDAO mit Kursen, Inhalten und einer Community für alle, die etwas über die Entwicklung von Web 3.0 lernen wollen. Und jetzt wird's spannend. Der Zugang zum Invincible College wird nämlich durch den Besitz einer der 10.000 Decentral Aliens NFT gesichert. Ob der Plan aufgeht, wird sich natürlich erst zeigen, aber er bietet auf höchst innovative Weise, wie ich finde, einen echten Mehrwert und scheint genau das zu sein, was Kryptowährungen tun sollten. Das heißt, herkömmliche Wege zu unterbrechen, in diesem Fall die Aus- und Weiterbildung. Wenn du also bereit bist, dich in diesem neuen Markt auszuprobieren und zu versuchen, NFTs zu verkaufen, dann wünsche ich dir dabei ganz viel Glück. 2022 könnte das beste und explosivste Jahr für Krypto sein. In meinem Wochenbericht stelle ich dir deshalb wöchentlich die lukrativsten Projektstarts vor. Zudem auch noch Low- und Microcare-Projekte, also richtige Altcoin-Perlen, die du nicht verpassen solltest. Ebenso Gaming- und NFT-Meterversen mit 100x Potential und vieles mehr. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen, der Link ist in der Videobeschreibung. Und nach. osoby. Zu einem. Können.